Fallen die vorgezogenen Altersrenten der Rente mit 70 zum Opfer? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sehr geehrter Herr Knöppel, ich habe am 08.08.2022 ein Interview in der ARD mit Prof. Bernd Raffel-Hüschchen gesehen. Er fordert ein höheres Renteneintrittsalter und zusätzlich eine moderate Rentenkürzung. Ich habe den Eindruck, dass man die Bevölkerung so langsam auf dieses Szenario vorbereiten will. Da ich 59 Jahre alt bin und nächstes Jahr meine 45 Beitragsjahre erfüllt habe, betrifft mich das Thema für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ganz besonders. Könnten Sie vielleicht mal zu diesem Thema ein YouTube-Video machen? Ganz konkret, wie groß ist die Gefahr, dass die Ausnahmen zur Rente mit 67 demnächst gestrichen werden? Also zum Beispiel auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Aktuell steigt ja die Regelaltersgrenze vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr stufenweise an. Mit dem Geburtsjahrgang 1964 gilt für alle, die ab dem 01.01.1964 geboren sind, die Regelaltersgrenze 67. Lebensjahr. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist 2012 eingeführt worden. Damals galt 45 Jahre Wartezeit und das 65. Lebensjahr. Mit der Nahles-Reform zum 01.07.2014 wurde das Lebensalter für diese Rente zugunsten der Versicherten von dem 65. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr gesenkt. Wer am 01.07.2014 damals Geburtsjahrgang 52 war, der konnte also glatt mit 63 in diese Rente gehen, wenn er 45 Jahre Wartezeit nachweisen konnte. Jetzt steigt aber mit den Geburtsjahrgängen 53 bis zum 31.12.1963 der Renteneintritt oder das Renteneintrittsalter stufenweise an. Das heißt also alle diejenigen, die ab dem 01.01.1964 geboren sind, die können in diese Altersrente nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres gehen. Da wir jetzt schon das Geburtsjahr 1959, 1960 haben, steigen natürlich für bestimmte Altersrenten auch die Renteneintrittsalter an. Und ich kann nicht erkennen, warum der Gesetzgeber diese Ausnahmen streichen sollte. Alleine schon die Ausnahmeregelung für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die es seit dem 01.07.2014 in der modifizierten Form gibt, schafft sich ja gesetzgeberisch de facto von selbst ab. Alle Menschen, die ab dem 01.01.1964 geboren sind, können in diese Altersrente, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, erst wieder mit Vollendung des 65. Lebensjahres gehen. Mit der aktuellen Regierung ist eine Rente mit 70 überhaupt nicht durchsetzbar. Das hat sie auch klar und eindeutig formuliert. Selbst wenn man die Rente mit 70 einmal einführen würde, sind Änderungen in bestehenden Altersrenten zu Lasten der Versicherten verfassungsrechtlich nur mit ganz langen Übergangsregelungen möglich. Denn Versicherte haben ja eingezahlt und haben Vertrauen aufgebaut, dass sie irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich in eine bestimmte, für sie passende Altersrente gehen können. Das heißt also, der Gesetzgeber kann dann nicht einfach sagen, ich schaffe die dann mal ab oder ich mache einfach mal Wildwest. Das funktioniert nicht. Es besteht aus meiner Sicht kein Anlass zur Sorge, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in dieser derzeit bestehenden Form abgeschafft wird. Ich denke, sie wird auf jeden Fall mit den Geburtsjahrgängen ab 1964 dann wieder in der ursprünglichen Form, 45 Jahre und 65 und Vollendung des 65. Lebensjahres weiter fortbestehen. Ich hätte eine ganz große Bitte an Herrn Professor Raffelhüchen. Hören Sie doch bitte mal auf, immer über die Rente mit 70 zu reden. Vor allen Dingen immer dann, wenn Herr Wolf da in das Horn hineinbläst. Vielleicht sollten Sie einfach mal darüber nachdenken, ob nicht eine erwerbstätige Versicherung, in der alle einzahlen, der bessere Weg ist, die Rente auf stabile finanzielle Füße für die Zukunft zu stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.